Wie du geile Animationstemplates gratis herunterladen kannst. Google legit ein Video und klick auf den ersten Link. Und boom hast du über 100 völlig gratis Animationstemplates. Wähl eins aus und schon kannst du die einzelnen Sachen, sowie die Länge ganz einfach anpassen. Das ganze sieht dann so aus. Folge für mehr Tipps.